Verstehen sich Minischweine mit anderen Haustieren? Es kommt immer darauf an. Mit Hunden klappt das meistens sehr gut, da beide Tiere ähnliche Bedürfnisse haben. Wie man hier eindrucksvoll sehen kann. Mit Katzen ist sie schon schwieriger. Draußen gehen sie sich meistens aus dem Weg. Sogar mit Kaninchen kommen sie klar. Wichtig ist, dass sie wirklich in einem jungen Alter aneinander herangeführt werden. Dann steht der Freundschaft nichts mehr im Wege. Ein anderes Haustier kann aber ein zweites Minischwein niemals ersetzen.